Wahrscheinlich werde ich von euch für dieses TikTok in der Luft zerresten, aber bitte seid gnädig mit mir. Ihr seht mich hier gerade zum ersten Mal auf dem 5-jährigen Dressur-Hengst von meiner Bereiterin. Die Anna, also meine Bereiterin, die kennt ihr ja bereits und die reitet ja immer mit an den Kansas für mich. Und im Gegenzug durfte ich dann auch mal ihren Kalle reiten. Und das ist das erste Mal, dass ich ein so fein ausgebildetes Pferd geritten bin. Deswegen sieht das auch noch so aus, wie es aussieht. Hier sollte ich eigentlich zum Trab durchparieren. Da habe ich mich viel zu stark reingesetzt, dass Kalle dann halt dachte, er müsste anhalten sogar. Also haben wir das hier nochmal versucht und hier hat es auch schon deutlich, deutlich besser geklappt. Und dieses Pferd hat so viel Schwung, ihr glaubt es nicht. Damit musste ich erstmal umgehen lernen und der Galopp war richtig schön. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Anna hat mir viele nützliche Tipps gegeben, die ich umsetzen musste und ich war erstmal komplett überfordert. Aber es hat mir mega viel Spaß gemacht. Es war eine richtig krasse Erfahrung für mich. Und zum Schluss bin ich hier noch einmal kurz ohne Sattel geritten. Das erste Mal für Kalle ohne Sattel. Wenn ihr dazu auch noch einen TikTok sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare.